Warum hast du eine Handschuhe nur? Ja, wegen der Tür. Nein. Ich habe nur Handschuhe wegen der Tür. Wegen? Die sollen ganz offen liegen da. Ja. Das Ding hast du präsentiert bei der zu drücken oder? Ja, wenn du das drücken, dann kommt das Ding hoch. Wenn du das drücken, dann kommt das Ding hoch. Wenn du das drücken, dann kommt das Wacuum mehr. Aha. Du schaust mal drücken und das Wacuum? Ja. Ja. Das ist ein automatisches Zalvermachtsystem.